ARD Text im Auftrag von Funk Du kommst her, scheint nur die Sonne, brennt ein Hase nach dem anderen vorbei und du weißt, du hast die Matura um mich. Es ist vorbei, es ist aus. Alles geil! Ich glaube, jeder ist mal fertig, wenn er Matura hat. Das Schwierige war eigentlich gar nicht die Matura an sich, sondern eher das Hinkommen zur Matura. Und es war schön zu wissen, dass nach dem alles vorbei ist. Das primäre Ziel, Hauptsache die Matura haben. Allein wegen der Maturareise zahlt sie schon aus, die Matura zu machen. X-Cham ist einfach Maturareise pur. Es gibt von Peachvollballplätzen über Fußballplätze, eigentlich alles, was man sich vorstellen kann, das ist für jeden Geschmack was dabei. Und das ist X-Cham. Und das ist X-Cham. Sonnenleben, Pool, Strand, Schwimmen. Für die Ruhigen gibt es eine eigene Chillout-Area, wo man sich mal glücklich zurückziehen kann. Der Pool ist Hammer. Es gibt überall Bars rundherum. X-Cham ist eine Maturareise mit Niveau. Bessere Qualität. Das zeigt sich auch bei dieser Maturareise. Klasse statt Masse. Ich bin in Österreich auf der ganzen Party überhaupt nicht mehr dabei. Aber diese drei Wochen lasse ich mir einfach nicht entgehen, weil einfach das Feeling so was von genial ist. Es ist für mich, ich kriege so viel Feedback von den Leuten. Die Leute kommen auf mich zu, fallen mir um den Hals, bedanken sich bei mir. Das ist halt einfach wunderschön. Den richtigen Aufbau, die richtige Musik, die richtigen Leute on stage und so weiter. Und all diese Punkte dann gemeinsam machen dann einfach die perfekte Party aus. Oder die perfekte Reise. Sie schaffen es aber immer wieder, dass es noch besser wird. Das ist einfach genau das, genau das! Das ist genial! Das ist genial! Das ist genial! Das ist schön! So könnte es mir schon vorstellen, da wäre ein Problem. Abschied nehmen, das will ich gar nicht denken. Die Woche ist viel zu schnell für dich. Ja! Wir kommen aber nächstes Jahr ganz sicher wieder! Sonne! Mädels! Alles ist da! Morgen gar nicht mehr weg! Ganz besonders süß ist, dass wir immer zusammen sind, weil das eben unsere letzte Reise ist. Und wir gehören halt zusammen! X-Trim ist gleich Lebensgefühl pur, Luxus pur und Party at its best! Die Geister zeilen eures Lebens! Jetzt